Hallo, hier sind wir! Ich wollte schon eine Mischkeit. Ich bin ganz allein mit ihm da oben. Ist doch gut! Ihr freut mich gut. Gar nicht gut. Was ist los? Ich muss zur Pharmazie. Ich will aber freuen, dass es gut ist. Hopfen! Ja! Hier! Ist er allein da oben? Jetzt fahr doch nichts! Ich hab doch keine Lehre mehr! Wie? Was? Jetzt hau ab nichts! Wo ist die Wohnung? Jetzt ist doch der Gitarre! Etage! Nicht so laut, die Leute schlafen! Kommen Sie! Kommen Sie! Kommen Sie schnell! Was haben Sie hier? Was ist das hier? Na warte! Wie darf ich schießen? Wie schießt ich zurück? Irgendwann an jeden Mittwoch auf dem Schießstand sind da die großen Supermarkt Ecke-Karro-Straße. Da steht auf Edel ein vertiegt Knarm. Auf dem Schießhand von der Polizei? Warum gerade da? Da niemand so genau hinguckt, ist jedenfalls die Theorie von Edel. Guten Tag, Frau Franco! Wie immer? Ja, bitte! Wo die Wohne ihre Schießübung machen, meint er, kommt keiner auf die Idee sich einen Waffenschein zeigen zu lassen. Kommen Sie hier rüber bitte hin. Als Strafverteidigerin weiß ich, dass 40% aller Morde vertuscht werden, weil der Arzt auf den Toten schon Herzversagen schreibt, obwohl es sich um glatten Mord gehandelt hat. Warum hätte ich das denn tun sollen? Weil du ein eingefleischter Katzenfeind bist! Und wer Katzen nicht liebt, der kann ja gestohlen bleiben! Ich habe dir was mitgebracht. Ja, sie heißt Geopatra und ist eine Katze. Impfung nicht! Na, dann kommt halt rein, ihr zwei! Im Entêtungsland. Beidee! Wirklich, setzt endlich an den Wissen an sich! Untertitelung des ZDF, 2020